Sehr gut, herzlich willkommen bei TV Panema oder was Sie schon immer über Rhythmus, Sufriedenheit und Lebensfreude wissen wollten. Ich bin Hanni Bergisch. Die erste Sendung aus den neuen Tide Studios. Da wollen wir auch grandios starten. Ein Spezial mit Unidus de Hamburgo, der einzige Samba-Schule von der Hansestadt. Die zweite F-Jugendmannschaft von TSV Sassel, eine Truppe mit Star-Potenzial. Ein Brasilianer, vierfacher Grammy-Sieger, rockt Berlin. Er ist überall zu sehen, wo es eine brasilianische Feier gibt. Mit seinem Charisma und positiver Ausstrahlung gewinnt er alle. A partir de hoje, a TV Ipanema passa a ser gravada nos novos estúdios do Tide. E na primeira edição, não poderia faltar algo especial. Uma reportagem com a única escola de samba de Hamburgo. Conheça um pouco mais sobre a equipe TSV Sassel, um time que tem investido em talentos futuros. Saiba qual o brasileiro ganhador de quatro Grêmios que abalou a capital alemã com um concerto único. E qual o serguido para o bom humor e muita disposição aos 62 anos? Resposta em poucos minutos com Arkin Ott.